Ja, ich bin Hildia Tanzmann-Machula. Eigentlich sagen hier alle Hille zu mir und damit fühle ich mich auch ganz wohl. Ja, ich denke, das Besondere bei uns hier im Sauerland ist, dass genauso auch unser Betrieb land- und forstwirtschaftlich aufgestellt ist. Und ich arbeite viel mit Kindern auf unserem Betrieb und in Schulklassen. Und ich nehme auch viele Kinder oder Kindergruppen mit in den Wald, um ihnen zu zeigen, wie die Natur tickt. Ja, das Projekt Land gemacht ist, da mache ich mit ganz, ganz viel Herzblut mit, weil ich denke, das Essen ist eine Grundlage, die wir jeden Tag brauchen. Und es ist schön, wenn das Kochen auch noch Spaß macht. Und ich glaube einfach, wenn ich das weitergeben kann, auch an jüngere Menschen und die da auch wieder Spaß dran bekommen, dann ist es eine richtig tolle Geschichte und deswegen engagiere ich mich sehr, sehr gerne bei Landgemachtes.